Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Du magst es gerne kalt draußen und fragst dich, ja wann ist das eigentlich meistens so? Vielleicht ist es schon November, ist es immer noch nicht so richtig kalt und du fragst dich, wann wird es denn endlich mal richtig kalt? Da gerne ein paar Tipps und Erklärungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch im Januar, vor allem im Februar, manchmal noch richtig kalt werden kann, also zum Beispiel minus 5 Grad. So was wie minus 6, 7 Grad wird dann schon seltener, aber minus 5 Grad kann schon durchaus mal drin sein, vor allem nachts. Und ja, also Januar, Februar könnte da ein guter Zeitraum sein. Ja, danke fürs Zuhören, alles Gute, ciao.